Hallo, guck mal hier, das ist meine Haartour-Bahn. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert, total easy wie alles bei mir. Guck mal, hat nasse Haare auf den Kopf, dann machst du einfach hier dieses dicke Teil, wo das Gummi ist, machst einfach mal deinen Kopf da rein, versteckst schön deinen Kopf, dann nimmst du das lange Ding hier und drehst es einfach. So, ja, das funktioniert auch bei kurzen Haaren, also normalerweise wären hier deine langen Haare drin und dann stülpst du das einfach da über und da oben ist die Gummi-Lasche und dann ziehst du das einfach da durch und schon ist dein Haar trocken.